Da ist die Sache gegessen. Es ist für ihn nur noch Weini Geseckon zum Eintrittel. Der Meistertreffer in der 93. Minute. Das Stadion in einem Schockzustand. Steyr ist der Ball zur Mitte. Zanni hat nicht aufgepasst. Und dann ist das Spiel aus. Aus. Die Schweizer Fußballbeister. Das Stadion in einem Schockzustand. Das Stadion in der Kirche. Ooooooh Zürije 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 Sieg und ich habe einen Schaden von Porn. Porn zu ihr, alle, öffnen zu ihr, alle, alle. La, 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 la. Ganz genau, ganz genau. Und von uns ein völlig anzieniert, hat sich dein Unschwad verliert und dein völlig irritiert. Wo ein Mann vom Besskump kriegen. Siegerinnen ist so schön, 25-Jahr ist ein Sepp. Und so schön ist der Moment, der Vokal in uns geht. Schließen, Maschen, RTC. Lolo, 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 lolo. Lolo, 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 l Und wir machen euch zu Götter. Zehn Jahre später halten wir das Ehrenwort. Ihr seid unsere Götter. Das ist eure Bühne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, X-teliert. Ja, das ist für den Kennen. Ganz viele von euch haben mich gesehen. Ich habe mich auch noch brutal aufgeregt, wie ihr die Götter habt. Wirklich brutal. Und ich möchte ihr allen mitgeben für die aktuelle Mannschaft. Bitte, bitte, gebt alles gegen St. Gallen. In Sion. Und nachher über Deutsch. Wir werden Kampel! Wir werden Kampel! Wie war das für dich? Wie war das für dich? Ich glaube, zuerst muss ich mal sagen, ich glaube, der Alain hat einen Einwurf gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Ich habe jetzt in Petsch mit einem Kuh angefangen, dass wir nicht laufen. Und da gibt es sicher einen Preilpack von Keita. Und... Ja, dann habe ich in der letzten Kraft nur auf den Ball geschaut. Und dann... Als es wäre jetzt gelogen, habe ich gesagt, ich habe den Philipp Pescu gesehen in der Mitte, muss ich sagen. Und äh... Und äh... In den letzten Kraft habe ich nachher sie hätte auch mal in der Mitte statt spiegieren und dann bin ich in der Philipp Pescu mal in der Mitte gespielt. Und dann bin ich in der Philipp Pescu mal in der Mitte gespielt. Das ist der Philipp Pescu mal in der Mitte. Und äh... Nicht so viel. Ich glaube, ich bin etwa 20. Aber äh... Ich habe den nächsten Ball gesucht. Und der ist ja vorher gewesen. Ich bin sehr gerne froh und äh, ich sage als großes Komplementer für Soccer Woche. Ich danke! All the week before we trained this, you know, we say... it was the idea of... Harry Gamperlet, he say... We wait, we wait until 93 minutes. Alan, der Naked, ist der Stil, und er ist der Naked, und Julian ist der Naked. Hoi zahle, da ist die Gökke Nieder, ehemaliger Speck vom FZC. In erster Linie würde ich grüße der Kanepa, meine ehemalige Kurkollegen und liebe FZC-Fans. Vielen Dank.